Hallo Leute und weiter geht's mit einem Wettkampf Sparring wegen des Altersunterschiedes in der roten Ecke. Für den Uppercut Gießen Daniel Hörig. Er hat bisher 5 Kämpfe bestritten, von denen er 3 gewinnen konnte. Und er trifft auf Bichan Ajups vom Golden Boxing in Wiesbaden. Dieser hat bis jetzt 9 Kämpfe bestritten und davon 7 gewonnen. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Das war euer Team von Partner der Pfarrer. Dass die Filip noch nicht weg trend monitor ist. Schnacken gerne 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 gerne. More rolls auf den ganzen Tag der Pfarrer. Muss hier ans ??? Ratsvis ohne USDcatnot bought 100 Kilo, dass Bichan gibt. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Das war's für heute. Der Sieger durch RSC in der ersten Runde kommt aus der blauen Ecke! Der Sieger durch RSC in der ersten Runde kommt aus dem RSC in der ersten Runde. Vielen Dank.